Hi Freunde und herzlich willkommen, hier war ArchieGaming, Flo wieder am Start. Heute ist Montag und wir kommen uns heute im zweiten Upload des heutigen Tages um die hoffentlich League On Upgrade-SPCs. Da können wir sehen, dass League On Team of the Season ist draußen und das sind die ganzen Karten, die wir dann ziehen können. Also ein MAP, ein Di Maria, die natürlich richtig geil wäre, Neymar als 98er ZOM. Dann haben wir einen Pepe natürlich am Start, ein Thiago Silva. Also es gibt schon einige, einige geile Karten in Lala, Mondi und so weiter und so fort. Wäre natürlich nice, wenn wir heute einen davon ziehen können. 20 Mal werden wir heute die Upgrade-Sets auf jeden Fall angreifen. Wir werden heute 10 sogar von den 81-Plus-Dinger machen und 10 von den in Anführungsstrichen schlechteren Upgrades. Also heute ein kleines, feines Pack-Opening wieder mit am Start und ihr könnt sehen, ich habe schon einiges an Coins investiert. Ich habe natürlich ein paar League On-Spieler, die selten sind, schon eingekauft, damit wir heute auf jeden Fall auch die Sets ganz entspannt machen können. Und dafür gehen wir heute wieder rein in die Squad-Building-Challenges und schauen uns an. Jawohl, da sind sie, die Legon-Upgrades, die normalen und die 81-Plus-Dinger. Und außerdem eine Marco Perez-SPC. Aber bevor das Video durch losgeht, ihr wisst Bescheid, Support ist kein Mord. Wäre natürlich nice, wenn wir die 200 Likes so schnell wie möglich wieder schaffen könnten. Und ja, wenn euch das Ganze gefällt, ihr wisst Bescheid, einfach einen Kommentar da lassen. Was habt ihr gezogen? Auch alle Sachen, die mich natürlich interessieren. Habt ihr in MAP ziehen können, Neymar und Co. Wenn ihr die Upgrade-Sets also auch macht, ab damit in die Kommentare. Ja, und Roto25, Kaleb, weiterhin. Ihr könnt sehen, wir haben fast die 25.000 Abonnenten geknackt. Wäre natürlich nice, wenn wir das diesen Monat noch schaffen könnten. Zwei Tage läuft diese Marco Perez-SPC vom lateinamerikanischen Team of the Season. Schauen wir uns den mal an. 1,82, Mittel, 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 drei Sterne, drei Sterne nur. Hm, okay, das sieht schon mal ein bisschen besser aus hier. Von den Stats her auf jeden Fall. Kopfball-Präsaison, Sprungkraft ist alles da. Was muss man für ihn abgeben? Das ist die große Frage. Schauen wir uns das jetzt erstmal am Anfang des... 84er Squad, what? Okay, kein Team auch. Der Ball hat einen Kolumbianer auch noch. Leute, Quadrado, Falcao zum Beispiel, die müssen richtig hochgegangen sein. 84er Squad mit 80 Team Schmie. Was denkt sich ihr dabei? Also, ganz klar, keine Empfehlung für diese SPC, warum man den auch machen möchte. Ich weiß es nicht, der kann sich sowieso nicht gut linken. Insofern würde ich sagen, Hände weg davon. Aber Upgrade-Sets, die könnten richtig nice werden. Denn wir haben natürlich auch dieses Mal eine höhere Wahrscheinlichkeit, einen Team of the Season Spieler zu ziehen. Denn es gibt nicht so viele 81-Plus-Spieler in der League. Das ist das richtig Geile. Blende ich euch vielleicht jetzt auch nochmal kurz eben ein. Könnt ihr auf jeden Fall mal abchecken. Also, ihr seht, die Wahrscheinlichkeit relativ hoch. Und deshalb werden wir heute auch 10 Stück von den 81-Plus-Dingern machen. Sonst habe ich ja in den letzten Wochen immer so 2, 3 oder 4 von den 81-Plus-Dingern in den 20 Upgrade-Sets gemacht. Und dann halt die restlichen, die normalen Upgrades. Und anfangen wir heute mit dem schlechteren Upgrade, in Anführungsstrichen. Auch hier wieder 40 Team Schmie und genau Gold, die Qualität angegeben. Wir gehen einfach mal jetzt mal in eine Liga, zum Beispiel in die Bundesliga, stellen Gold ein und werden dann das Upgrade hier ausfüllen. Ja, und dann geht es, wie gesagt, gleich rein in die 81-Plus-Sets. Wir werden jetzt hier kurz am Anfang des Videos erstmal zusammen hier ein Set jeweils abschließen und dann werde ich gleich quasi offline gehen und im Hintergrund quasi die ganzen Sets vorbereiten. Dann sehen wir uns dann gleich wieder im Shop. Und ja, dann werden wir quasi dieses große, fette Pack-Opening machen. Wenn euch das Ganze gefällt, ihr wisst Bescheid. 200 Likes, wie gesagt, wäre mega nice, wenn wir das heute wieder so schnell wie möglich natürlich knacken könnten. Und ja, ihr habt gesehen, ich habe ein bisschen an Coins schon richtig krass investiert. Wir schauen gleich mal, was die SBCs generell kosten sollen. Jetzt gehen wir in die 81-Plus-SBC und was müssen wir abgeben? 11 seltene, genau Gold und Ligue 1, genau 11 Stück. War so hervorzusehen. Wir haben eine 3-5-2, wenn man denn so möchte, als Formation. Also wir haben keine Außenverteidiger, das ist auch sehr, sehr interessant. Und jetzt werden wir einfach mal in die Ligue 1 gehen und schauen, was wir da natürlich am Start haben. Wir sollten jetzt auf jeden Fall schon mal eins hier zusammen bekommen und das sollte auf jeden Fall kein Problem werden. Zum Beispiel Mondandar, den ich auf der Transferliste noch x-mal habe, können wir abgeben, aber auch hier die ganzen anderen Karten. Und das sollte dann kein Problem werden, was die 70-Team-Chemie angeht. Das wäre natürlich nice, wenn das hier klappen könnte. 44 haben wir jetzt schon mal und jetzt gucken wir einfach, dass wir hier ein bisschen Chemie rausholen können. Das wäre natürlich, wie gesagt, ideal. Und in ZOM wollte ich ihn packen. So, haben wir jetzt Stürmer hier am Start. Innenverteidiger, Kehrer zum Beispiel, nehmen wir auch nochmal mit rein. Rechtsverteidiger, dann kommt er auf jeden Fall hier in die Verteidigung. Dann Pepe und ihn mal tauschen. Und dann haben wir die 70-Team-Chemie auch schon erreicht. Also, das wäre jetzt der erste Squad, den wir hier abgeben. Haben dann jetzt, wie gesagt, schon mal zwei Sets hiervon fertig. Eins von den, in Anführungsstrichen, schlechteren. Eins von den 81-Plus-Dingern. Aber, wir haben jetzt zwar zwei Sets schon fertig, aber wie gesagt, wir können noch keine Sets öffnen. Insofern sehen wir uns gleich wieder dann hier im Shop mit mehreren Packs. Insofern haut rein, bis gleich. Und wir sehen uns später wieder. So, Freunde. Und da bin ich zurück mit den ersten 10 Sets. Wir haben jetzt 5 von den Upgrades und 5 von den 81-Plus-Dingern. Also, perfekte Aufteilung für die erste Runde. Und anfangen wollen wir natürlich mit dem ersten Set. Und guck mal, was wir schon mal in dem ersten Set so ziehen können. Kein Walkout im ersten Set. Aber es wird direkt schon eine Wand. Siehst du, also das ist auf jeden Fall immer sehr, sehr nice. Oh, das ist schon mal Subasic. Den können wir auf jeden Fall sehr, sehr gut benutzen. 83er Subasic. Perfekt. Was will man mehr? So kann das Ganze auch auf jeden Fall schon mal starten. So, drei Spieler, die wir noch nicht im Verein haben. Ab damit in den Verein. Oder geht es direkt ins nächste Set. Zweite Set. League A. Drei-Spieler-Set. Komm schon hier, ey. Kein Walkout im zweiten. Sind die schlechten besser? Oder sind die 81-Plus-Dinger besser? Das ist die große, große Frage. Und während wir hier so die Packs öffnen, können wir mal kurz gehen auf Footbin. Und schauen, was wir hier am Start haben. Kehre jetzt zum Beispiel. Untradable in den Verein. Tradable auf die Transferliste. Ein bisschen Platz haben wir noch auf der Transferliste. Und gucken einfach mal, was die Sets denn so kosten sollen. Wir haben noch keine preisliche Sache bei Footbin drin. Insofern müssen wir da noch ein bisschen abwarten. Bin mal gespannt, ob die auch so roundabout 20k kosten. Drittes Pack. Kein Walkout. Bekommen wir die nächste Wand? Ne, auch nicht. Also skippen das Pack. Und dann geht direkt ins nächste Pack. Ich bin sowieso am meisten gespannt, ob die 81-Plus-Dinger wie ihr. Wahrscheinlich auch richtig gehypt. Und hier den nächsten seltenen, den wir gleich benutzen können. Im 81-Plus-Upgrade-Set. Komm schon, EA. Let's go. Erster Walkout im vierten Set. Und wird es ein blauer? Ne, wird ein normaler Walkout. Wer wird es? Italien. Torwart. Es wird ein Buffon. Den ich tatsächlich tradable. Noch im Verein habe. 88er Buffon. Let's go. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr nice. Den benutzen wir natürlich nicht im Upgrade-Set. Das ist natürlich auf jeden Fall schon mal sicher. Aber Leute, stellt euch vor, Alter, das wäre jetzt direkt ein Team of the Season gewesen. Buffon. Auf jeden Fall tradable. Ja, ist tradable. Auf die Transferliste. Und dann geht es rein ins nächste Set. Vier Sets haben wir gebraucht von den schlechten, um den ersten Walkout zu ziehen. Das ist schon mal keine schlechte Quote. Nächstes Set. Komm schon, EA. Wieder Walkout. Back-to-back Walkout. Oh mein Gott. Und es ist der erste blaue im fünften Set. Es wird. Italien. ZM. Es wird ein Verratti, oder was? Es wird ein Verratti. What the fuck? Ich weiß nicht, wie viel der kostet, aber 94er ZM. Verratti. Im fünften schlechten Set. Wie geil ist das denn, Leute? Und wir haben noch die 81 Plus Sets vor uns. Das ist ja das Geile. Das ist ja das richtig Geile. Verratti, Team of the Season. Im fünften Set, Leute. Es geht hier komplett ab. Heute ist Eskalation pur. Wie? Oh mein Gott. Wie geil ist das denn? Verratti kostet gar nicht mehr so viel. Hätte ich nicht gedacht. Verratti sehr, sehr nice. Hat ja auch die Scream-Karte. Ja, vielleicht fehlt ein bisschen Tempo. Hat auch seine Schwache. Mittel hoch. Vier Sterne. Vier Sterne. Ja, vielleicht ein bisschen klein im einen oder anderen. Aber unser erster Team of the Season. Insofern auf jeden Fall richtig geil. Zerstört den Like-Button dafür. Und jetzt noch fünf von den 81 Plus Dingern. Wie viele Tots können wir daraus ziehen? Aus den ersten fünf. Ich bin mit einem schon zufrieden eigentlich. Ich bin jetzt schon sehr, sehr zufrieden. Wir gucken mal, was wir drin haben. Erste 81 Plus Set. Gönnt uns. Kein Walkout. Siehst du, jetzt geht es hier los. Jetzt geht es hier los. Wir bekommen aber die Wand. Kein Inform. Gibt es eigentlich einen Inform momentan? Wieder Italien. Stürmer. Und es wird der nächste Italiener aus der Liga. Es wird ein Balotelli. Also, wovon? Verratti. Und jetzt ein Balotelli. Die Italiener haben es uns heute anscheinend angetan. Und ein Lecomt. Die werden auf jeden Fall nachher wie die 81 Plus SPC reingeballert. So, nächstes Set. Komm schon hier, ey. Kein Walkout. Kein Walkout hier am Start. Nächste Wand aber. Und diesmal wird es Frankreich. Setto M. Ah, Payet immerhin. Ich habe Fekke kurz gedacht. Fekke hat, glaube ich, keinen Tots. 85er Fekke wäre natürlich auch sehr, sehr nice gewesen. Aber wir nehmen Payet als 84er natürlich auch gerne mit. Haben anscheinend schon beide im Verein. Hoffentlich tradable. Die Kopter wäre eben gezogen. Müssen wir mal einfach jetzt discarden. und Payet auf die Transferliste. So, drei Stück noch von den 81 Plus Dingern. Bis dann nachher die nächste Runde startet. Denn da haben wir dann wieder 10 Sets am Start. Nächste Wand ist am Start. Also ich glaube, garantierte Wand ist ja eigentlich fast immer am Start. Das wird ein Strootmann. Jawohl. Es wird ein Strootmann. Nehmen wir natürlich auch gerne mit. Also nachher wieder. Jetzt machen wir gleich nochmal 10 Stück davon. Und dann haben wir unsere 20 Sets fürs heutige Video zusammen. Oh, Dani Alves auch noch. Zwei Spieler, die in den heutigen Verein sind. Sehr, sehr geil. Komm schon. Zwei Stück noch. Ziehen wir den nächsten Walkout. Jetzt, jetzt. Ich glaube, wir haben unser Glück aufgebaut, Leute. Nächste Wand. Natürlich am Start. Oh, es wird ein Glick. Es wird ein Glick. Innenverteidiger können wir schon mal skippen. Denn das ist auf jeden Fall ein Glick. Ja, und damit kommen wir jetzt ins letzte Set. Oh, 2,380er. Rabiot und Glick. Sehr, sehr nice. Und komm jetzt. Bevor wir in die nächste Runde mit den 10 Packs gehen. Ah, wieder kein Walkout. Schade, schade, schade. Leider nein. Da ist die Frage, was die nächsten 81 Plus Sets uns zu gönnen. Ist das jetzt fähig hier? Ne, es ist wieder Payette. Es ist wieder Payette. Und den werden wir jetzt einfach im nächsten 81 Plus Set benutzen. Und damit sehen wir uns dann gleich wieder im nächsten Set. Ein Rami, den wir auch noch nicht im Verein haben. Also, wir sehen uns gleich wieder bei den nächsten 10 Sets. Bis gleich. So, Freunde. Da bin ich zurück. Erstmal jetzt mit 10 weiteren Packs. 3 von den 81 Plus Dingern. 3 von den normalen. Und wir starten rein. Wieder mit den, in Anführungsstrichen, schlechteren. Wo wir aber eben einen Verratti ziehen konnten. Hier jetzt kein Walkout im ersten Set. Wieder eine Wand. Nein, leider keine Wand. Und dann geht es direkt auch schon weiter. Ja, und dann geht es gleich zu Ende mit 4 weiteren Sets. Und wir ziehen hier 3 Spieler, die wir noch nicht im Verein haben. Immerhin das. Und dann haben wir, wie gesagt, die 20 Upgrades zusammen. Ich hoffe, das Ganze hat euch bis jetzt schon mal gefallen. Wenn ja, zerstört den Like-Button. Ihr wisst Bescheid. Support ist kein Mord. Hier wieder keine Wand aus dem schlechten Set. Also hat er mit Verratti anscheinend richtig Glück eben anscheinend. Aus so einem etwas schlechteren Set. Raphael haben wir hoffentlich tradable. Jawohl, so sieht es aus. Und dann komm schon. Let's go. Einen. Einen Tots will ich noch ziehen. Bitte. Oder ein Walkout immerhin, ja. Aber vielleicht jetzt kein Buffon mehr. Das wäre auf jeden Fall gut. Weil den habe ich an tradable. Den müsste ich dann in der SPC irgendwie benutzen. Verballern. Aber hier wieder 3 Spieler, die wir noch nicht hatten. Und jetzt die 3,81 plus Dinger. Und dann geht es, wie gesagt, gleich mit 2. 2x2 quasi weiter mit 4 weiteren Upgradesets. Hier ziehen wir die nächste Wand. Frankreich. Innenverteidiger. Und es wird... Hey, Kim Pembe. Stimmt. 83er Kim Pembe. Nehmen wir natürlich auch gerne mit. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr nice. Kim Pembe. Und wer ist noch am Start? Mit einem Marcelo, den wir auch noch nicht im Verein hatten. Sehr, sehr nice. So, komm schon, ihr. Wo ist der Walkout? Wo ist der Tots? Nicht in diesem Set. Das steht auf jeden Fall fest. Können wir nur bei einem Tots bleiben? Oder können wir noch einen zweiten ziehen? Das ist die große Frage. Und wir ziehen einen Innenverteidiger aus Marseille. Das dürfte Rami wieder sein. Den habe ich eben schon benutzt. Das heißt, wir könnten ihn wieder zurück in den Verein packen. Genauso sieht es aus. Mit einem Leg kommt. Und jetzt 3, 2, 1. Bevor wir in die letzten vier Sets gehen für dieses Video. Walkout ist am Start. Come on. Let's go. Und es wird der zweite Blaue für dieses Video. Und es wird diesmal Portugal. Innenverteidiger. Es wird ein... Wie heißt er? Jawohl. Josefonte. Josefonte. Ich kam gerade auf den Namen nicht. 91er. Josefonte. Richtig geil. Wie geil ist das denn? Und wir gucken jetzt mal eben kurz nach, was diese SPC jetzt kostet. Das interessiert mich einfach mega. Ja, 24k. 24k. Roundabout 20k. Und die normale Upgrade-SPC aus der League 1 kostet 5k. So. Dann geben wir einfach mal... Oh Gott. 70k für diesen Marco Perez. Also die SPC bitte Hände von weglassen. Gehen wir mal rein zum League 1 Team of the Season. Und gucken mal, was die ganzen Spieler so kosten. Josefonte leider noch 55k. Aber ganz ehrlich. Den können wir auf jeden Fall zum Beispiel morgen dann benutzen. Zum garantierten League 1 Team of the Season Set. Das erwartet euch auf jeden Fall auch. Und unsere 84k auf hier. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Also Josefonte. Der zweite Team of the Season, den wir jetzt sehen können. Leider einer, der nicht so viel kostet. Aber er kostet immerhin mehr als das Pack, was wir eben geholt haben für Roundabout 25k. Insofern hier ein 91er High-Rated Tots. Und das ist der zweite schon nach Verratti. Also wir sehen uns gleich wieder mit vier finalen Sets. So Freunde, und da bin ich zurück mit den finalen vier Sets. Die große Frage, können wir noch einen von den großen Fischen ziehen? Ich muss sagen, ich bin extrem zufrieden schon, dass wir zwei Team of the Season ziehen konnten. Insofern kann ich mich da überhaupt nicht beschweren, falls jetzt hier nichts mehr drin sein sollte. Im ersten Set ziehen wir immerhin schon mal eine Wand. Und es wird ein Holländer. Es wird wieder ZLM. Es wird ein bestimmter. Ja, es wird ein Strootmann. Also das einer von den schlechten Sets jetzt hier. Oder einer von denen, die ein schlechtes... Ne, ja doch, es war ein schlechtes Set. Und dann jetzt hier, bevor wir die 81-Plus-Sets aufmachen, die letzten beiden, ziehen wir hier im schlechten wieder kein Walkout. Also Verratti scheint auf jeden Fall einer von den guten gewesen zu sein. Dass wir da auf jeden Fall Packlack hatten. Dass wir da auf jeden Fall einen guten ziehen konnten. Und dann noch eine Totskarte. Also richtig, richtig nice. Was können wir aus den letzten 81-Plus-Sets ziehen? Das ist die große Frage. EA, was sagst du uns heute? Walkout. Walkout im ersten Set. Im letzten von den Sets. Und wir bekommen den dritten. Dritten Team of the Season. Komm schon, EA. Frankreich. Rechter Ausfahrt. Es wird ein Lala. Let's go, Mann. Wie geil ist das denn? Und der kostet roundabout 500k, soweit ich weiß. 500, 600k. Es wird ein Tots Lala. Wie geil ist das denn? Und das ist einer der größeren Fische. Klar, er kostet keine über eine Million oder sowas in die Richtung. Aber es wird ein Tots Lala. Und das ist der insgesamt dritte Team of the Season. Ausstand jetzt 19 Sets. Kein zweiter hinterher. Wahnsinn. Wahnsinn. Andi, 600k. Kostet so ein Lala. Wie geil ist das denn, Leute? Ich habe keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Balotelli auch noch hinten drin. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Letztes 81-Plus-Set. EA. Gönntest du uns oder nicht? Komm schon, EA. Nein, kein Walkout im letzten Set. Aber wir bekommen noch mal eine Wand. Und es wird Frankreich wieder. Es wird ZM diesmal. Und diesmal wird es ein Rabiot. 83er Rabiot. Leute, ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Es ist einfach richtig, richtig geil gewesen. Das Video von heute. Jetzt hat mir mega Bock gemacht. Ich hoffe, euch auch. Lecomte und Rabiot bekommen als letztes. Und wir ziehen einfach eine Lala. Wir ziehen Verratti. Und als wäre das nicht noch genug gewesen. Nein, wir ziehen auch Jose Fonte als dritten Team of the Season. Also richtig geil. Lala, Jose Fonte. Also Gesamtwert von jetzt 150, ja, 600, 650k ungefähr. Was wir da an Totskarten gezogen haben. Also richtig, richtig geile Sache. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, zerstört den Like-Button. Zeigt Support. Und wir sehen uns dann hoffentlich morgen wieder bei dem garantierten League or Team of the Season Pack Opening. Insofern haut rein. Bis zum nächsten Mal. Euer Flo von Archie Gaming. Ciao Leute.